Ja, nun aber zum Unternehmen. Zuerst einmal, ich frage schon an, warum hast du mich eigentlich zu tun darüber schlagen? Der Lichtmarkt, wenn man ihn genau betrachtet, ist ein sehr spannender. Es ist eine Zukunftsindustrie, denn das Thema Energieentspannung ist hier allgegenwärtig und das Thema Licht natürlich ein zentraler Thema. Der Lichtmarkt ist allerdings auch sehr, sehr stark und kämpft. Sie wissen, dass asiatische Wettbewerber immer stärker eindringen in diesen Markt und wir uns wie in allen anderen Industrien in einem sehr haften Wettbewerb konfrontiert sind. Das Schöne an der Positionierung von Zumthole ist, dass wir uns in diesen klassischen, leuchten Geschäften in einem sehr stark fragmentierten Markt bewegen. Jedes Land ist anders, jedes Segment ist anders. Und es ist eigentlich eine gut verteidigbare Position, insbesondere gegenüber asiatischen Wettbewerbern, die ja doch in der Regel mit großer Gewalt, niedrigen Kosten, aber doch mit sehr eindimensionalen Strategien auf dem Markt sind. Also interessanter Markt und wir sind glücklicherweise in der Ecke, die relativ leicht verteidigbar ist. Wir haben einmal abzuwarten, was relativ leicht heißt, aber in anderen Bereichen kommt die schneller und stärker unterdruck. Wie wir uns vorstellen, Standard-EH zum Beispiel ein Massenprodukt, das wandert einfach konsequenterweise komplett nach Asien oder in anderen Notkostbereichen an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.